Nach 24 Jahren wird der russische Präsident Wladimir Putin diese Woche Nordkorea besuchen. Die Einladung kam von dem nordkoreanischen Führer Kim Jong-un während seiner Reise in den Osten Russlands im September letzten Jahres. Auf Einladung von Kim Jong-un wird Wladimir Putin am 18. und 19. Juni einen freundschaftlichen Staatsbesuch in die Demokratische Volksrepublik Korea unternehmen, sagte der Kreml in einer offiziellen Stellungnahme. Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA bestätigte ebenfalls den Besuch, gab jedoch keine weiteren Details bekannt. Dieser seltene Besuch findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem Moskau die Partnerschaft mit dem nuklear bewaffneten Staat ausbaut. Washington hat erklärt, dass Nordkorea Russland mit Waffen beliefert hat, um es im Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen, obwohl Pyongyang dies wiederholt bestritten hat. Für Putin ermöglicht das Treffen mit Kim Jong-un, einen Schlag gegen Washington und seine asiatischen Verbündeten zu führen. Beobachter der Vereinten Nationen kamen zu dem Schluss, dass mindestens eine ballistische Rakete, die im Januar von Russland auf eine Stadt in der Ukraine abgefeuert wurde, in Nordkorea hergestellt wurde. Ukrainische Beamte berichten, dass sie etwa 50 solcher Raketen gezählt haben, die von Nordkorea an Russland geliefert wurden. Der Kreml hat erklärt, dass es Raum für sehr tiefgehende Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea gibt, und obwohl dies niemanden beunruhigen sollte, sehen viele Beobachter darin eine besorgniserregende Entwicklung.